Guten Morgen, guten Morgen, auch wenn 2 Uhr am Nachmittag ist, Bitch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, Bitch, ich habe heute von HelloBuddy nicht nur ein Code für euch, sondern ich habe zwei Aktionen, zwei Aktionen, mein Gott, zwei Aktionen, hör mich gut zu. Aktion Nummer 1, jeden Viva-Set wird mit dem Code Rafa Viva nur noch 89 Euro anstatt, anstatt Hunde, 99 Euro, oder wenn du sagst, nee, ich will nur ein Produkt kaufen, dann mit dem Code Rafa 40 bekommst du 40% Rabatt auf jedes Produkt, ohne Mindestbestellwert. Was soll ich dazu sagen noch? Geschwisterstodesbien nehmen wir den Aloe Wash und diese Aloe Cognac Sponge. Mein Aloe Wash ist wie meine Persönlichkeit, gerade nicht vorhanden, nicht ganz da. Ich habe Nachtschubbe, weil unsere Fresse frisch und gereinigt ist, nehmen wir diese Aloe Drops, das ist wie ein Serum und es gibt einen geilen Glow an die Haut. Reiben und Lego, Lego. Normalerweise vor dem Serum benutze ich immer diese Aloe Aqua Toner, aber ist auch wie meine Persönlichkeit gewesen und ich benutze immer diese wiederverwendbare Kosmetik-Pads. Das ist, wenn er frisch ist, das ist, wenn du ihn falsch wäschst. Und wie gesagt, zum guten Schluss, alle Viva-Sets bekommt ihr mit dem Code Rafa Viva für 89 Euro anstatt 199, okay? Nein. Und wenn ihr diese Sets nicht möchtet, aber ihr sagt, wir wollen nur den Sponge, den Aloe Cognac oder wir wollen nur den Kokoslim, den Body Oil. Girl, mit dem Code Rafa 40 bekommt ihr auf alle andere Produkte 40.000 Rabatt. 40.000. Werbung fertig. Fertig. Oh mein Gott, heute Abend mache ich mein Lieblingsgericht. Pasta und Depression. Ah, 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 ah.